Stiere werden selben sauer. Und stimmt das? Ist das richtig? Ja, stimmt. Bist du interessiert, was die Zukunft bringt? Bist du interessiert, was die Zukunft bringt? Bist du planen, zu schauen? Ja, auf jeden Fall. Ich plane immer. Ich glaube nicht unbedingt an Träume. Aber ich glaube an Pläne. Ich plane mein Leben mindestens ein Jahr, fünf Jahre oder auch zehn Jahre im Vorhinein. Ich überlege immer, was ich als nächstes tun muss, damit mein Leben in fünf Jahren besser ist. Mal gucken, ob er jetzt zufrieden ist mit seinem Leben und ob der Plan aufgegangen ist bisher. Ist dein Plan, wie du es willst? Es geht in die richtige Richtung, aber ich bin niemals ganz und gar zufrieden. Ich will immer mehr und will immer besser sein. Ich glaube, wenn man jemals anfängt, komplett zufrieden zu sein, hört man auf, sich weiterzuentwickeln. Das Einzige, was einen antreibt, ist zu sagen, was ich habe, ist in Ordnung. Aber ich will noch mehr. Nein. Wenn man anfängt, sich wie ein Sexsymbol zu fühlen, hat man dann Probleme. Nein, das glaube ich nicht. Mit dem Aussehen ist das so eine Sache. Wenn es den Leuten gefällt, ist das in Ordnung. Aber gutes Aussehen vergeht, doch die Musik wird niemals vergehen. Ich werde auch in zehn Jahren noch Platten machen, wenn ich alt und dick bin. Hoffentlich wird die Musik dann immer noch gut sein. Aber ich glaube nicht, dass die Leute dann immer noch auf meinem Aussehen stehen. Das früher war ich in der Schule. Was ist das Jahrzehnte in der Schule? Was ist das Mädchen? Das haben sie immer immer gehasst. Nein, sie haben mich gehasst. Ich war ein totaler Außenseiter. Um bei den Mädchen anzukommen, musstest du gut in Sport sein. Und das war ich nicht. Stattdessen habe ich Musik gemacht. Jeden Tag nach der Schule bin ich nach Hause gefahren und habe mich mit der Gitarre in mein Zimmer eingeschlossen. Ich hatte überhaupt kein Glück mit Mädchen bis jetzt vor 17 oder 18 Jahre alt war. Das würde ich nicht sagen. Es ging eher langsam los. Wie das wohl jetzt ist, ob in Norwegen auch Mädels vor seinem Haus sind immer? Like back home in Norway. Are there like fans in front of your house? Are they coming to see you? Die Norweger haben mich sehr unterstützt. Ich bekomme dort viel Aufmerksamkeit. Das ist sehr nett. Aber die Fans unterscheiden sich kaum mehr. Egal ob sie aus Norwegen oder aus Deutschland kommen. Bei Star-Kamera fällt mir gerade ein, ich habe hier auch heute wieder unsere Nintendo-Kamera. Und ich will ihn eben mal fotografieren. Ihr erinnert euch, die Fotografie hat ganz viele Stars und ihr könnt ihr irgendwann gewinnen. Oh, by the way, you want a fortune cookie? Ja, ich liebe die Dinger. Let's see what they say. Da steht, ich glaube, du sollst es besser vorlesen. Hat geklappt. Du musst es lesen. Sie finden den richtigen Ton und überzeugen alle von ihren Plänen. Wow. Really? Ja. Das ist gut. Findest du das nicht stimmt? You can wish me, ja. Ah, cool. Dann wurde ich das wohl. Okay. Ich habe hier meine Stichwörter und die will ich Ihnen jetzt eben mal an den Kopf ballern. Mal gucken, was er sagt. These are Q-Words, so just answer spontaneously whatever comes to your mind. Eitelkeit. Vanity. Das ist wie eine Schule. Exactly. All right, Espen. Absolutely. Eitelkeit ist das Erste. Vanity. Eine Mädchen-Band aus den 80ern. So knappt es schon mal nicht. Eifersucht. Jealousy. Eigentlich wollte ich das sagen. Eifersucht ist der kleine rote Teufel, der auf deiner Schulter sitzt. You know, the one sitting on your shoulder. Okay. Geld. Money. Money is net. All right. Say for sex. What? Kondome? I don't know. Viagra. Ever heard of that? Yes. Ja, das ist ein Medikament für Frauen. It's a sort of medical thing for some sort of, it's like a female, Viagra, Viagra. Viagra? No, I'm sorry. Male. It's male. Oh yeah, yeah. It's the whole thing. Oh ja, das ist, wenn man keinen Hochkrieg. Ich verstehe. Ich weiß, was du siehst. Hopefully, well, all right. Yeah, I know what it is. Okay, cool. Unterwäsche. Underwear. I'm not wearing any, so. Ups. Never. Nah, really. Selten. Aha. All right. Spice Girls. You're not wearing underwear? Oh my God. It's pretty nervous. Like right now, you're not wearing underwear? No, I'm not. So I hope I don't like my sister. I hope I don't like my sister. Spice Girls, too. Spice Girls. Spice Girls, yeah. Ja, die Spice Girls. Sie waren mal richtig cool. Ich mochte sie. Sie machen gute Unterhaltung. Entertainment. Good Entertainment. That's what it is. All right. Tattoos. Tattoos sind cool. Ich wünsche dich in der Zeit, noch eins machen zu lassen. Oh, you have one? Yeah, I have one already. What is it? It's on my shoulder. It's like a flower. All right. Humor. Humor. Al Bundy. You know him? Kennst du ihn? Of course I do. All right. You know what? Every time I see pictures of you, you never laugh on the pictures. Er lacht nie auf Bildantischen sehen. Das kommt, weil ich es nicht besonders lustig finde, fotografiert zu werden. Irgendwann hat man genug der Erfahrung. Aber das ist nicht der Grund. Auf manchen Fotos lache ich, aber die werden nie gedruckt. They never print them. Really? They only print the serious ones. Hm. Seltsam, seltsam. All right. That was it. All right. You're gonna sing in a little while. Yep. Right? I would like to sing. Lucky for you. Und jetzt gibt es eben mal kurz den Megapreis. Bis dann.